Die Einerstelle der Zahl 1 plus 9 hoch 99 ist gleich. Was meint ihr? Herzlich willkommen zu Jagdmister X. Ich möchte mit euch die Aufgabe B2 des Känguru-Wettbewerbs 1999 für die Klassenstufen 9 und 10 lösen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir bezüglich dieser Aufgabe unsere Lösungsideen austauschen. Ich denke, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Aufgabe lösen kann. Und ich denke, es ist für uns alle interessant, wenn wir da dann später in den Kommentaren verschiedene Wege sehen können. Was ich euch hier gerne zeigen möchte, ist das sogenannte Rechnen mit Restklassen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gehört, vielleicht aber auch noch nicht. Und das funktioniert folgendermaßen. Und zwar A ist kongruent B modulo C. Und das bedeutet, dass die Zahlen A und B bei Division durch C den gleichen Rest lassen. Schauen wir uns dazu einmal ein Beispiel an, dann wird es klarer. So lassen 3 und 5 bei Division durch 2 den gleichen Rest, nämlich 1. Und insofern können wir sagen, es gilt, 3 ist kongruent 5 modulo 2. Und generell ist es so, dass alle ungeraden Zahlen, 1, 3, 5, 7 und so weiter, modulo 2 den gleichen Rest lassen. Und insofern könnten wir auch sagen, dass die ungeraden Zahlen in der gleichen Restklasse sind. Sie lassen den Rest 1. Und was auch noch interessant ist und was wir für die Aufgabe gleich brauchen werden, betrachten wir mal ein weiteres Beispiel. Das heißt, 47 und 7 lassen bei Division durch 10 den gleichen Rest. Und wenn wir uns für die Einerziffer einer Zahl interessieren, dann müssen wir immer modulo 10 betrachten. Denn wenn wir eine Zahl durch 10 teilen, dann stimmt der Rest mit der Einerziffer überein. So, und das müssen wir zunächst einmal im Hinterkopf haben. Und eine Sache benötigen wir noch und dann können wir die Aufgabe auch schon lösen. Wenn gilt, dass a kongruent b modulo c ist, dann gilt auch, dass a hoch n kongruent b hoch n modulo c ist. Auch dies zeige ich gleich an zwei Beispielen. Also wir haben gesehen, 3 ist kongruent 5 modulo 2. Und jetzt schauen wir uns einmal Potenzen von 3 und 5 an und schauen, ob die dann tatsächlich immer noch in der gleichen Restklasse sind. Also nehmen wir einmal 3 hoch 2 ist kongruent 5 hoch 2 modulo 2. Ich habe also genau dieses Beispiel genommen und dann einfach nur 3 und 5 gemäß dieser Regel mit 2 potenziert. Das heißt, wir haben jetzt 3 hoch 2 ist 9, 5 hoch 2 ist 25. Und ihr seht schon, 9 und 25 sind ungerade Zahlen. Sie lassen also bei Division durch 2 den gleichen Rest, nämlich 1. Ihr seht also, das Gesetz passt. Schauen wir uns mal noch ein weiteres Beispiel an. Nehmen wir beispielsweise einmal 3 hoch 3 ist kongruent 5 hoch 3 modulo 2. Und 3 hoch 3, das ist 27. Und 5 hoch 3 ist 125, wieder zwei ungerade Zahlen. Und gemäß modulo 2 haben wir dann den Rest 1. Also diese beiden Gesetze oder diese beiden Regeln sind ganz, ganz wichtig in der Restklassenrechnung. Und jetzt können wir diese Aufgabe lösen. 1 plus 9 hoch 99, wie sieht es mit der Einerstelle aus? Zunächst einmal noch 9 hoch 99. Dafür benötigen wir eine bestimmte Zerlegung. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso, weshalb, warum. Für 9 hoch 99 können wir auch schreiben, dass das das gleiche ist wie 9 hoch 2 mal 49 plus 1. 49 mal 2, das sind 98 plus 1 ergibt 99, stimmt also überein. Und diesen Ausdruck, den können wir noch weiter umformen, wenn wir folgendes Potenzgesetz anwenden. Und zwar a hoch m plus n ist gleich a hoch m mal a hoch n. Das bedeutet also, wir können hierfür dann auch schreiben 9 hoch 2 mal 49 mal 9 hoch 1. Und hierfür möchte ich noch das Potenzgesetz für Potenzen anwenden. Und zwar das für a hoch m mal n. Das gleiche gilt wie a hoch m hoch n. Das heißt, wir können 9 hoch 2 mal 49 auch als 9 hoch 2 hoch 49 schreiben. Und dann eben noch mal 9 hoch 1, also mal 9. So, meine Lieben. Und mit diesen drei Bausteinen werden wir jetzt diese Aufgabe lösen. Und zwar können wir jetzt folgendes sagen. Und zwar ist 9 hoch 2 kongruent 1 modulo 10. Also 9 hoch 2 ist ja 81. Und wenn wir 81 durch 10 teilen, bleibt der gleiche Rest, wie wenn wir 1 durch 10 teilen. Oder auch anders, wie wir hier schon gesagt haben, 9 hoch 2 ist 81. Und immer wenn wir durch 10 teilen, dann bekommen wir ja die Einerziffer, die hier in dem Fall 1 ist. So, dann wenden wir diese zweite Regel an. Also wenn wir wissen, dass das gilt, dann können wir diese Zahlen ja auch potenzieren. Und zwar potenzieren wir die jetzt mit 49. Weil dann haben wir nämlich schon 9 hoch 2 mal 49. Also hoch 49. Dann haben wir 9 hoch 2 hoch 49. Und das muss gemäß dieser Regel kongruent sein mit 1 hoch 49 modulo 10. Und 9 hoch 2 hoch 49, das wissen wir ja schon, das ist dann auch das gleiche wie 9 hoch 2 mal 49, also wie 9 hoch 98. Und damit wissen wir, dass 9 hoch 98, kongruent 1 hoch 49, was 1 ist, modulo 10 ist. Das heißt, 9 hoch 98 lässt bei Division durch 10 den gleichen Rest wie 1. Und jetzt müssen wir das Ganze, weil wir ja 9 hoch 99 untersuchen wollen, noch mit 9 multiplizieren. Und damit erhalten wir dann 9 hoch 98 mal 9 ist kongruent 1 mal 9 modulo 10. Also lässt, wenn wir jetzt noch einmal dann dieses Potenzgesetz anwenden, 9 hoch 99 tatsächlich den gleichen Rest wie 9, wenn wir durch 10 teilen. Es gilt also 9 hoch 99 ist kongruent 9 modulo 10. So, und wenn 9 hoch 99 den Rest 9 bei Division durch 10 lässt, dann wissen wir, dass 9 hoch 99 die Einerziffer 9 besitzt. So, und wenn wir jetzt noch 1 addieren, dann wird also die Einerziffer, die 9 ist, zur 0. Und damit können wir sagen, dass die Antwort A die richtige ist. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmister X. Alles Gute, 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 alles